Was für ein wohliges Treiben hier in der Stadt. Man kann es ja mit keinem quatschen, aber irgendwie ist das ja trotzdem genial. Leute, willkommen zurück zu einem neuen Part Twilight Hunters. Heute, Drillhöhle ist angesagt. Naja, vielleicht noch nicht ganz Drillhöhle, weil ich will ja erstmal die Geistersälen holen in der Wüste. Und ja, aber die Drillhöhle ist ja da in der Nähe und da werde ich da gleich mal reinschnuppern, damit es für euch auch spannend bleibt. Also ich mache die Drillhöhle jetzt nicht erst zum Schluss oder so. Zum Schluss der Geisterjagd. Ich weiß wieso nicht irgendwie. Also ich habe nochmal geguckt in der Wüste, nachdem ich in der Wüste alles fertig habe, würde ich nochmal in die Eislandschaft gehen und da alles absuchen. Wartet mal, ich brauche irgendwie. Wartet mal, ich gehe mal schnell. Ich gehe nochmal nach Kakariko, weil wenn, dann brauche ich jetzt echt Pfeile. Ich, äh, ja. Kakariko, ja. Ich muss nämlich, ja, ich muss nämlich voll ausgerüstet, wenn in die Drillhöhle reingehen, weil das ist halt Zwiebel. Energie kriege ich da manchmal. Auf manchen Ebenen kann ich mir ein paar Herzen zusammengraben als Wolf. Aber an Ausrüstung kriege ich gar nichts. Soviel ich mich erinnern kann. Boah! So, okay. Aber die Drillhöhle, Leute, die Drillhöhle lohnt sich wirklich. Die ist richtig cool. Wenn man wirklich alle Ebenen schafft. Also sie lohnt sich schon, wenn man alle zehn Ebenen, wenn man zehn Ebenen schafft. Weil alle zehn Ebenen... Hi, Epona! Gibt's was Tolles? So, Maro-Markt, hast du Pfeile hier in der kleine Grasladen hier? Oh Gott, die tut mal, die müssen mit euch hier los! Yeah, wir sind so cool, man! Wir sind cool, man! Wir sind cool, man! Wir sind cool! Äh, und jetzt alle zusammen! Kaufst du auch! Kaufst du auch! Wenn du es willst, dann kaufst du auch mal! Ne, ist ja gut, warte mal, ich will mit dem Kleinen hier reden. Hi, Mussel! Kaufst du was? Oh, Mann! So, zehn Pfeile, zehn Rubine. Ähm, ja. Na gut, schätze, wir sind im Geschäft. So, nochmal. Okay, nochmal. Alles klar, und nochmal bitte. Jetzt müssen wir alle haben. Na gut, so. Tschüss, Mann! Zeit ist Geld! Ey, so kleiner Typ, ey! Ich war der Kapitalist. Ähm, Items. So, 100 Pfeile. Ja, Bomben, na, Bomben. Ach, Bomben habe ich eigentlich noch, will ich jetzt mal behaupten. Und Feen habe ich auch, zwei, aber... Ist ja, na, lass mal die mal weiterdancen, ja, die Senioren hier, ne? Gut, Pfeile war noch wichtig, dass ich mir alle 100 voll kaufe, weil man kann nämlich... Ach, ihr werdet ja sehen, was in der Höhle denn los ist. Obwohl ich euch nicht versprechen kann, dass wir, wie gesagt, jetzt schon in der Höhle landen, aber... Es wird cool, cool. Das schaffe ich ganz bestimmt. Die drühe Höhle, wie der Wind. Ähm, Wüste. So, dann ist hier eine Geisterseele, ganz am Anfang natürlich, hier unten. Dann sind hier drei, ja, und eine ist sogar noch hier in der Festung. Und deswegen erst mal einen langen Wüstenspaziergang machen. Aber es ist ja nicht halb so wild. Es muss ja eh erst mal wieder Nacht werden, damit wir die Viecher überhaupt sehen. Dumm, 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 dumm. Autsch. Gut, ich bleib gleich mal ein Wolf, weil Tiere können ja nicht schwitzen, ne. Und ich will ja nicht, dass Link in seinem eigenen Saft badet. Gut, Karte verfolgen. Ähm, erstmal rechts runter in die Ecke. Da, 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 da. Wüster hier, die Wüster liegt. Hey, Freunde, da könnt ihr euch vorstellen, wir sind schon in Part 92. 92 Parts, Gottverdammt nochmal. Und alles 15 Minuten Parts. Das ist ja bisher mein längstes Let's Play Projekt. Das übertrifft sogar Donkey Kong 64. Bei Donkey Kong 64 waren ja alles nur 10 Minuten Parts, nicht wahr? So, warte mal, ist das da der Baumber, oder was? ich glaube hier kommt ja an dem baum hier müsste ein geister schein stimmt da ganz oben drauf also werde ich mal meinen hinterher auslösen und darauf gehen und ich muss niesen nein der heuschnupf nein nein kämpfer ging an ich muss jetzt nicht niesen dreifhaken doppelgreifhaken geld ja schön falls es in der drillhülle doch mal extrem crazy wird ne habe ich ja ein bisschen geld für meine magie rüstung soja und jetzt müssen wir warten so dunkel wird wer dunkel ja wie lange das wohl dauert weiß ich auch nicht das doof mit der geister konnte man nicht irgendwie man kann es nicht dunkel machen hat ja nicht sowas wie eine tolle ocarina wo seine töne an der flöte und so kann man ja was vorflöten da hinten die große pyramide schloss highwood ist eingegrenzt mit der power der schattenkristalle die wir inzwischen haben könnten wir die pyramide im barriere da eigentlich voll zerstören aber noch keinen bock drauf wäre das eine wildsau da steht eine wildsau aber es wird schon schummrig die sonne geht langsam unter mach hinne mann nach henne so warm ist am tag in der wüste ist so kalt bis in der nacht ist ja wirklich so ich werde schon mal zum wolf naja die geister ja ja steht man ja verblüht in der gegend rum als wolf macht platz link macht sitz link sitz er macht nicht sind er hört nicht erst ein böses hündchen nach selbst mit er sagt selber schon sitz und und ja braver hund aber wohl und hier mit dem schwanz den boden weg fliegt doch hier die tage werden wieder länger die gegend an da ist ein propeller vieh da sind die wildsau ich glaube die werde ich auch benutzen um dahin zu reiten wo ich als nächstes die anderen drei geister hole drei geister noch hier in der wüste einer in der goblin festung und drei dann in der dritte höhle das wird übel das wird richtig übel hoffentlich bleibt auch lange genug nacht sonne geht doch mal unter sonne und da wo ist denn die sonne überhaupt wir sind in der wüste und keine sonne wo ist denn die sonne naja kann man es nicht schneller nacht machen ist doch voll doof dann ging das irgendwie ich weiß es nicht mehr sorry leute müssen wir jetzt warten ich habe mein schwanz um den baum um den baum ja ich mein schwanz man glaubt es kaum wenn ich eine kloschlüssel wäre würde ich daraus jetzt wasser trinken aber hier ist keine so langsam wird es doch dunkel hier oder ja langsam aber sicher kommt schon mal da ist die sonne und sie geht in zeitlupe unter meine augen meine wunderschönen er hat so einen sonnenuntergang nicht irgendwas beruhigend ist so mitten in der wüste ja mitten da wird müde ist ja auch schon sandmännchen zeit eigentlich hat in der wüste sandmännchen da so nett ist die festung ja ja der große kreuzigungssaal für gallendorf der leider beslungen ist und wir deswegen die ganze scheiße dreck am stecken haben oder die fützere wolke da sieht nicht gut aus die sieht gar nicht gut aus und sie kommt auf uns zu da kommt schon die unter wie bei könig der löwen ja 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 da warte mir echt bis es nacht wird ane wie doof ist denn das das ist noch länger dauert denn zum beispiel wenn ich nachher die eiswüste gehe dann warte ich da so lange bis es dann nacht ist ja und dann schade ich erst den part dass wir überbrücken gibt es aber gar nicht hier die leute werden wir noch nach sagen was hält sich seine parts vor in die länge machen so mit einer geht schon zum fünfzigsten mal die ist doch wieder die alte da muss aber der geist gekommen ich glaube der ist hier gar nicht hier oben der ist hier unten glaube ich und wenn wer der feilt platze viel zu eng da ist kommst du bald mal es ist doch jetzt schon so dunkel das ist ja doch woanders ich guck mal ein bisschen ist der hier oder was hat da hinten ist er da hinten nein nicht zu mensch werden nein jetzt so und so ich werde mir gleich graben eine höhle oder auch ein geist drin hat mal was das doch jetzt hier alter scheiße mega spinnen jetzt hier in das hier ich will das geld gar nicht haben was es da gibt der erdspinn gibt es sowas ekliges spinnen die in der erde leben falltür spinnen das sind diese viecher spinnen ihr müsst ja wissen ich sage jetzt einmal ich finde spinnen sehr unangenehm aber gerade deswegen habe ich mich ja über die viecher extrem informiert so von wegen ja was die ans was die angst macht da informiere ich mal drüber und spinnen so gemein sind so fies manche spinnen okay du willst auch jetzt reit mal ganz schnell breit mal dahin wo ich hin nicht über die schlucht da ist ungesund so bleiben wir mal hier lang ich will jetzt da irgendwo nähe ich mich da lang dumm 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 ein bisschen schneller ouch ja greift mich an wird schweinert eh zu zähes fleisch wa so hier irgendwo ist noch einer geist der ist hier irgendwo draußen und dann aber auch dafür wieder nahe einer höhle wo ich ja ja graben kann ähnlich wie eben gerade mit den spinnen wo ist denn hier etwas da sich die lampe leuchten war das auch so ein baum als da alles klar entstehen und davon hier das schwein hast angefangen zu stinken man sie stinken drei fahrten wunderbar schnell mal schnell schnell was der geist zum wolfs werden zu jacks wolfs kind werden das noch so eine höhle genau diesmal nicht noch eine geister seele so jetzt glaube ich mal hier hier war glaube ich die höhle mit den zwei weiteren geistern ach du scheiße nein 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 ach man die rauf mit dem haufen okay nummer 1 da ist das so wo ist der andere ist jetzt nicht wieder wach da kommt da ja und kommt zu papa geister seele erhalten schön jetzt wird bloß noch die in der festung und zwar ist die da wo wir diese dicke sauda platt gemacht haben der sonst immer auf dem schwein geritten ist wir mussten wir in der goblin festung da mann gegen mann antreten und das ist eine geisterseele aber nur danach weil es hier noch schön ist hier kann ich eine fackel anzünden würde mir das irgendwas bringen vielleicht eine kleine truhe mit geld okay jetzt noch was so was haben wir da was haben wir denn da große truhe ist da geld drin oder ein herzteil naja ich traue mich über nicht die aufzumachen muss immer gucken man ich bin wieder top vorbereitet warte mal heute hat doch hier alles hier so herzteil ja ähm nö ne keins angegeben hier ist kein herzteil drin also haben wir bestimmt ja ja knete wie sonst mann schön raus hier raus 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 zwei minuten zeit knapp ja ich habe noch nicht in der drillhülle geschafft ich habe nur gewartet auf geisterseelen mann nämlich schlecht gut jetzt aber noch zur festung die ganze sehr wohl ich mir noch so lange es noch dunkel ist so schnell jetzt die zwei jetzt wieder heile irgendwie oder muss doch noch kaputt geblieben sein was hier kaputt schön durch sprinten hier als wolf voll geil haben die die zeune erneuert gut haben sie nicht gemacht wohl kein geld für auf hier rauf das ist ein punkt warte mal hier ist ja ohne erinner warte mal hier soll ohne erinner sein da das soll ohne erinner was zum neig ohne erinner auch vergessen fies nein doch drücken meine falschen klopf leute sorry na komm her oh oh killer ananas man sieht den geist an den geist mann geister so erhalten irgendwie was herzen oder so ja man sei jetzt muss ich aber erstmal graben herzen okay gut verdammt mal ist mir so spät das muss noch ich muss es noch in der nacht schaffen ich muss es in der nacht noch schaffen sonst ist es so wie jetzt sind wir alle goblins am start rast sich komplett aus aber ich habe schon alles abkürzung mäßig habe da alles schon und damit haben wir jetzt alle geister sind in der wüste aufgesehen von der dröhne und da bin ich gehen zur dröhne und der nächsten part dann besuchen wir mal die dröhne ich bin schon gespannt ob ich das schaffe ich glaube es irgendwie nicht ihr glaubt mir auch nicht schlips schlips aber nein ich werde mein bestes geben die gamecube steuerung ist gut und präzise und das wird geil schön also also dann leute bevor es ab zur eislandschaft geht drillhöhlen time bis zum nächsten part